Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Minecraft. Zu den Chroniken des Lord Regenten, der ich selbst bin. Und einmal mehr, das heißt einmal mehr, ich befinde mich jetzt endlich mal quasi in einer Höhle. Und hier ist ganz schön was los. Also wir haben schon so viele Monster hier erledigt. Du bist ja eine hübsche Spinne. Ich muss aber trotzdem sterben, tut mir leid. Wir haben jede Menge Kohle schon. Scheinbar kann ich schon gar nichts mehr aufnehmen. Das ist so richtig. Dann pass auf, ich werde die Axt einfach mal verwerten. Genauso wie die Schaufel. Zur Not müssen wir halt nochmal schnell zurück und ein wenig was abladen. Außer ihr sagt, euch reicht es jetzt natürlich schon. Ist da hell? Wenn das die Oberfläche ist, gehen wir natürlich zurück nach Hause. Das bietet sich ja dann gerade richtig an. Tatsache, da ist hell. Und das scheint unser Einstieg gewesen zu sein, Freunde. So, das heißt wir nehmen hier mal schnell die Kohle mit und dann flitzen wir nach Hause. Eigentlich können wir hier oben eine Kiste aufstellen mit unserem Beutegut. Und dort einfach mal kurzerhand das Material einlagern. Obwohl, da hinten ist unser Zuhause. Da flitzen wir mal schnell rüber. Und dann mache ich mir glaube ich eine neue Eisenrüstung. Und die hat glaube ich ganz schön gelitten. Die ist fast im Eimer. Dann mache ich mir eine neue Eisenrüstung. Dann gehen wir eine Runde pennen und dann gehen wir wieder hinunter. Oder habt ihr Bock zu bauen? Na komm, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, dann können wir da auch ein bisschen unten weitermachen. Vermeeren die sich eigentlich von selber? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich so viele angepflanzt habe. Seltsam, seltsam, na egal. So, ich gehe jetzt nach drüben hin. Wo unsere Truhe ist mit unseren ganzen Schätzen aus der Erde. So. Muss ich vielleicht mal ein bisschen anders sortieren, aber sehen wir dann. Kann ich schon pennen? Jo, gute Nacht. So, hallo, guten Morgen. Das muss auf jeden Fall wieder mit. So, ein einzelnes Stückchen Holz. Das können wir aber sowas von hier lassen. So, Sticks. Was war denn das? Ich dachte, da wäre gerade irgendwas hochgesprungen. Ähm, warte, hier ist noch Eisen. Da haben wir Bögen. Komm, ich lasse das einfach mal hier. Das packe ich einfach mal aufräumen, kann man später auch noch, weißt du? So. Und ein bisschen Kohle nehmen wir mit. Nur zur Sicherheit, falls wir dringend Facken brauchen. Ich mache jetzt was ganz, was Verrücktes, Freunde. Ich gehe jetzt hinten hin, wo unsere Mine ist. Wäre dort runtergehen und vielleicht sind die beiden Orte miteinander verknüpft. Das wäre ja mega krass. Da würde ich nicht schlecht mit den Ohren schlackern. Ach so, hier ist überall so ein bisschen dichter Wald entstanden. Ich habe hier überall immer Eichenbäume mit angepflanzt. Da habe ich mir gedacht, kann man, kann man machen. So, da ist ja nichts drin. Ich bin auch ein Idiot. Pass auf, wir haben die Werkbank dabei. So. Ob jetzt unsere Eisenvorräte dafür reichen, ist natürlich fraglich. Aber es sollte eigentlich, ja, es sollte passen. Dann klick, also 1, 2, 3, 4, zack, 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 zack. Dann lassen wir die kaputte Rüstung auf jeden Fall hier. Und dann geht es wieder rein ins Abenteuer. So, guten Tag. Nein! Nein, 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 nein. Oh, da hinten ist ein Spinn, es war noch. Diese kleinen, giftigen Spinnen. Ah, nein, aua. Die vergiften eigentlich das auch gut. Lass mich. Das ist bestimmt hinter mir gerade eine, oder? Ne. Ach so. Wasser ausknipsen. so die nächste schwarze mittel so ich muss mich da mal kurz durchkämpfen so 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 ach so meine facken sind ja aber und so sehr schön dann bahnen wir uns jetzt einmal einen weg hier durch da kommt unterschwinkel die ist glaube ich nicht so amused dass wir ihre kleinen sozusagen deaktiviert haben oh ich höre einen enderman unsere chance auf eine enderperle so einmal hier platz gemacht so 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 tag habe ich gerade einen pfeil mit dem schwert abgewehrt das ist ja cool was der lautlegent nicht so alles kann ok warte vielleicht sollte ich das mit der 2 tauschen da ist der enderman eine enderperle so die obligatorische probebohrung kennt man ja und gleich noch mal eisen gefunden so dann lassen wir das dann geht es hier weiter oh über mir richtig extrem wie verwinkelt das ist so da geht es auch nicht weiter wir sind jetzt nicht besonders tief aber das macht nichts ich nehme auch hier gerne alles mit vielleicht haben wir ja glück und finden noch eine lore mit irgendwelchen tollen sachen darin so 35 länder haben wir auf jeden fall schon mal und schon wieder über ein stack kohle so dann gehen wir mal hier weiter so und dich müssen wir einmal deaktivieren bevor du hier noch irgendwas abfackelst so da gibt es auch nichts so und wieder Platz gemacht aber hier scheint irgendwie gar nichts zu sein ich weiß in der Theorie könnte ich auf der Karte gucken wo was ist aber das mache ich nicht da bin ich viel zu sehr Freund und Entdecker von solchen Aktionen hier dass ich hier auf der Karte gucke wo ich lang muss so halt warte da waren wir schon da waren wir schon da waren wir schon okay dann könnten wir hier nach unten aber mache ich nicht ich möchte weiter in der Mine bleiben dann gehen wir hier lang guten Tag so noch mehr Lava dachte ich hätte ich ein Erfahrungspopo vergessen bitte zu mir ich glaube da hinter der Wand könnte es auch weiter gehen und Hallöchen geht es da runter so komm schon so Eisen wie waren wir denn schon wieder 26 da könnten wir ja fast wieder einen Stack voll haben da guck mal da so sind hier ein unterirdischer See aber halt so viel zu entdecken gibt es hier nicht egal wir haben ihn entdeckt so nach ah guten Tag was gibt es denn da oben ach der wird da oben sein das ist ja komisch oh es ist auch bald Nacht da unten ist es hell das war von uns ja pass mal auf ich schaue mal dass ich an die Oberfläche komme damit ich da pennen kann weil eventuell ist es ja so dass hier Monster in der Nähe sind und ich gar nicht schlafen kann was auch sehr ungünstig werde guckt mal einer schau was haben wir da ein Namensschild okay das nehme ich alles mit so dann müssen wir gleich pennen gucken wir mal wenn wir das Bettchen irgendwo hier hinten aufstellen sollte es doch gehen oder ach ne da ist noch dunkel da ist auch noch dunkel und hier hat man unseren Eingang etwas zerschrotet oh guten Tag keine Puppe dann nicht okay ich stelle mal ein Bett mal hier auf dann müssen wir kurz ausharren ganz kurz einmal da ist eine Spinne da ist ein Skelett ein Zombie und ich höre hier eine Katze wo ist denn hier bitte eine Katze so gute Nacht so einen wunderschönsten Jüttenborgen wünsche ich so dann geht's wieder runter hier können wir vielleicht mal ein paar Fackeln mit aufstellen zum Ausleuchten so so guten Tag hier scheinen ah guck mal hier da scheint schon überall gewesen zu sein aber hier noch nicht hallo Spinne ich glaube ich spinne na Flapsi Junge Junge also Kohle glücklicherweise haben wir hier mehr als genug so so Eisen und da haben wir einen Creeper das sieht sehr merkwürdig aus in diesem Tunnel hier wie angefangen und nicht aufgehört ne so über mir geht's aber weiter da will ich auf normalen Wege hin da steht zwischen der Zähne Hallöchen Hallöchen die wir hier da oh das war sehr intelligent ach guck mal wo wir jetzt sind diese komischen Räume diese komischen Räume oh da vorne ein Ort unseres Wirkens und hier ist dann auch schon wieder der Ausgang oh Mann wie die Zeit hier auch verrennt krass schon wieder fast eine Folge rum hier waren wir schon da waren wir noch nicht bin ich schon wieder voll fast ich bin fast schon wieder voll okay dann dadurch dass hier der Ausgang ist gehen wir mal wieder raus und laden unser Zeug ab und dann denke ich mal zwei Folgen denke ich mal ist ganz okay oder vor allem das was wir jetzt erbeutet haben ist mega okay das lasse ich mal alles hier stehen so und dann können die Fackeln hier wieder hin ach dann nehmen wir halt den Bogen in die Zweithand oh cool das funktioniert sogar schlagen schießen schlagen schießen so dann machen wir uns auf ein bisschen Material vorzubereiten damit wir das Gemeindehaus dann ein bisschen vorantreiben können so ja hier haben wir ich packe einfach mal alles hier rein bis auf das Eisen und den Stack den schmeißen wir hier rein zum brutzeln so ansonsten haben wir aus der Tiefe erstmal nicht nicht, nicht, nicht das ganze Gerüte packen wir einfach mal da rein halt ihr nicht das kann auch woanders hin so das kann von mir aus mit Brote können von mir aus mit halt halt der Bogen äh ach so den hab ich ja hier so und zacki gut Freunde dann machen wir uns drauf und dran und brennen noch ein paar Steine ich hoffe mal dass jetzt noch genügend Kohle drin ist oh ja haben wir es so was brauchen wir denn überhaupt für Steine haben wir hier die von denen hier haben wir noch ein paar diese auch voll da haben wir auch noch ein paar aber gemeißelte haben wir keine pass mal auf kann man hier aus vielleicht gemeißelte machen so für den Anfang da wollen wir jetzt erstmal erstmal alles rein so eins zwei drei vier brenne 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 du auch so daraus kann man den gemeißelten machen machen wir gemeißelte machen wir gemeißelte Steinziegel mauern ne mach mal Steinziegel raus so kann ich das dann auf ein Buch zaubern oder wie ist das muss ich mal nachlesen ich kenne mich mit dem Zeug echt nicht aus ja Freunde aber für heute soll es das gewesen sein in der nächsten Folge machen wir jetzt dann weiter mit dem Bau und mal gucken wie es denn dann nach der Zeit aussieht erstmal vielen lieben Dank fürs Einschalten und bis dann macht's gut und Tschüssikowski